schön dass wir eigentlich hast zu neuen folge in minecraft heute geht es ran an unser rathaus in craft city wir wollen es jetzt anfangen zu bauen natürlich erstmal nur das äußere das innere bauen wir noch in der separaten folge weil ich noch ein bisschen unschlüssig bin wie ich mir das gestalten will da kannst du auch gerne einfach mal vorschläge vorschlagen was wir dann so drin bräuchten in ein rathaus was da eigentlich reingehört du siehst ja ich habe hier noch ein bisschen platz und daher ideen sind aber gerne angebaut dieses hält auf wir haben auch hier so eine schöne schiebetür die werde ich noch mal in separaten video erklären wie man sich schiebetür in minecraft ganz einfach basteln kann aber ansonsten würde ich sagen blöcke in die hand auf geht's für den start für unser rathaus holen uns einfach mal ein paar steinzige blöcke raus braune keramik denn ein bisschen türkises glas steinzige stufen und hellgrauer beton ich würde sagen wir beginnen erst mal so wieder mit den grundriss das heißt nehmen erst unsere steinzige blöcke und setzen uns erstmal immer so einen zweier einfach mal hin und lassen immer zum nächsten zwei jahr einfach ein block platz das heißt wir sitzen jetzt erst mit davon sieben stücken also zwei drei vier fünf sechs und sieben so sieben mal ein zweier und dazwischen einen block platz lassen so weit was geschafft haben sind wir jetzt hinten beim siebener können mal zur seite gehen oder so einmal da hinten und setzen dann zum zwei jahren der machen wir uns jetzt einfach mal 32 also 123 lassen diesmal dann zwei blöcke platz setzt uns ein bocken zwei blöcke platz ist in einem block wieder zwei freilassen und wieder 12 32 ersetzen wir uns hin also an den seiten jeweils zwei also 32 er bittet einfach zwei einer so soweit wir es haben sind wir jetzt auf der rückseite angelangt können wieder ein so abbiegen und setzt jetzt wieder 12 32 er einmal hin denn lassen wir uns jetzt am besten sechs blöcke platz 123456 und setzt uns wieder zwei hin da setzen uns ein zwei hin zwei davon drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf 11 und zwölf so also zuerst denn drei zwei denn sechs blöcke platz lassen und 12 zwei ja noch mal hin so weit was haben bleibt natürlich noch mal die andere seite übrig ist eigentlich genauso wie wir schon da haben das heißt ersten setzen uns drei zwei ja hin dann lassen wir zwei blöcke platz und dann setzen zwar einer hin immer mit zwei blöcke platz lassen und dann wieder drei zwei einfach mal hin und schon sind wir auf der vorderseite so und da müssen wir eigentlich auch nur noch ein zweier zwei zwei drei zwei vier vier zwei fünf zwei sechs zwei sieben zwei und zu nutzen so wie es auf der anderen seite gelassen haben und sollten jetzt hier zwischen noch insgesamt neun blöcke platz haben so so weit was haben geht es erst mal ran auf unseren steinziegel blöcken noch unsere braune keramik uns einmal aufzusetzen und da platz ziehen wir uns in sich einfach mal eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf weitere keramik blöcke einfach mal rauf und die können wir dann hier einmal komplett nach oben ziehen und einmal nach hinten so einmal überstehen lassen so das machen wir natürlich jetzt hier einmal bei allen blöcken aus oder ich kann man das müssen anders hier bei dieser ecke die wir haben so ich setze mir die einfach mal hoch um euch das mal zu zeigen und zwar müssen wir hier natürlich die ganze ecke hochsetzen habe ich das jetzt hier auf zwölf ja wunderbar und dann einfach hier so zack das ist einfach so ein viereck ist das reicht schon völlig aus und noch eine kleine sache wir haben ja hier sage ich mal an den seiten diese zwei einer die machen wir auch ein bisschen anders und zwar natürlich machen wir die auf zwölf blöcke hoch zwölf mal keramik rauf und dann verbinden wir die mal hier dazwischen und lasst unten vielleicht so vier blöcke platz so vier blöcke könnt ihr offen lassen den rest könnt ihr komplett einmal zuziehen ja aber ansonsten alle anderen blöcke können wir so hoch ziehen wie den vorderen und dann würde ich sagen machen wir das erstmal sobald wir das geschafft haben unsere braune keramik überall einmal rauf zu setzen ist jetzt schon die nächste aufgabe wieder angefallen wir bleiben immer noch bei unserer braunen keramik und setzen jetzt einfach mal zwei streben hinten rein einmal komplett hier runter wo wir das haben können wir hier einmal so eine strebe hier komplett ringsherum ziehen und dann machen wir noch mal eine zweite indem wir dann darunter einfach fünf blöcke platz lassen eins zwei drei vier fünf so ab den sechsten also wir müssen ja wirklich dann so fünf blöcke dazwischen platz haben können wir dann hier auch für eine strebe einmal lang ziehen und die auf der einmal komplett überall einmal ringsherum befestigen soweit wir das haben mit den zwei balken hinten ran geht es jetzt wieder weiter dass wir jetzt auf der vorderseite so ein bisschen schon den rahmen machen für unseren haupteingang da machen wir einfach mal eine tür von drei mal drei das heißt einfach mal wir lassen jetzt an der seite so zwei blöcke platz und setzen genau jetzt bei unseren streben so solche fünf streben einfach mal darunter dann machen wir hier so ein dreimal drei fett einfach mal weil wir spielen uns ja hier die tür noch ein basteln wollen und darüber haben wir dann noch sage ich mal so ein dreier oder drei blöcke noch mal so platz für fenster oder sowas so dann würde ich sagen lassen wir noch mal hier an der seite zwei blöcke platz und dann ziehe ich mir hier noch mal meine streben komplett aber bis nach oben hin aber ich glaube ich habe das gerade noch mal kontrolliert bei meinen anderen bau da hatte ich an der seite nur ein block frei also das ist dann wieder so eine spielerei wie man das sich halt gerne machen möchte aber vielleicht auch nur ein block das passt auch super dann wollen wir das noch mal auf der rückseite machen denn hier haben wir auch noch meine tür hier machen wir dann aber natürlich nur eine normale tür hin also ohne dass diese automatisch aufgeht da das jetzt einer seite einfach ein block platz und setzt mir hier wieder meine fünf streben einfach mal hin dann lasse ich mir auch einfach mal drei blöcke platz und setzt mir noch mal so einen kleinen balken hin so und darüber da würde ich jetzt das einfach mal komplett so offen lassen muss immer gucken wie habe ich da ja da ist auch offen aber wer möchte kann sich den gerne hier auch noch streben reinziehen wenn man möchte das ist komplett offen kann man machen wie man möchte aber ich glaube ich lasse sie auch offen so nächste aufgabe die wird euch bestimmt gefallen wir nehmen unsere glas blöcke und haben jetzt die super schöne aufgabe überall wo wir natürlich jetzt hier diese freien flächen haben unsere glas blöcke einmal platzieren die glas blöcke machen wir natürlich so einmal dahinter hinter unseren streben einfach mal das hat ja damit zu tun ihr seht ja schon die markierung dass wir uns ja später auch noch tapete rein basteln können das gebäude das heißt wir haben nicht diese braun braune farbe innen drin sondern einfach nur draußen so und ich empfehle euch auch hier oben immer nur genau hinter dem offenen bereich eure glas blöcke hinzumachen denn hier könnt ihr denn natürlich eure tapete platzieren wäre ein bisschen doof wenn ihr da überall jetzt euch die mühe macht mit glas wenn man es im nachhinein ja sowieso wieder rausnimmt und noch eins sei gesagt hier in den ecken haben wir diese fläche frei hier setze ich mir später meine tapete rein das wenn man hier so guckt dann sage ich mal durch das glas dann auch noch unseren ja unsere tapete sieht und daher würde ich einfach mal hier in der ecke keine glas blöcke mehr platzieren das würde ich dann einfach offen lassen so weit wäre es natürlich geschafft haben unsere ganzen glas blöcke hier einmal drin zu platzieren haben wir die nächste aufgabe schon und zwar jetzt schon unser dach einmal raufzusetzen so dann nehmen wir einfach unseren hellgrauen beton und können hier einfach komplett hier auf unserer letzten ebene einfach mal unsere schichten setzen und jetzt keine angst wir werden später innen drin auch alles noch mal verkleiden mit stufen als decke also diesen diese farbe wirst du nicht als decken farbe sehen das kann man sich alles dann gut verkleiden als abschluss nachdem wir natürlich das dach hier einmal zugezogen haben nehmen wir noch mal unsere steinzige stufen und können diese stufen immer zwischen diesen lücken hier einmal setzen und noch mal als bonus einfach noch mal hier hinter als zweite schicht noch mal platzieren einmal zwischen unseren forsten jeweils einmal und noch mal dahinter sobald wir natürlich auch das fertig haben mit den stufen überall einmal dazwischen setzen kann man wenn man möchte jetzt schon sein dach auch gleich ein bisschen verschönern das heißt mit so ein bisschen die gut noch natürlich noch ein bisschen darauf platzieren damit das nicht so kahl ist und da gibt es ein paar schöne varianten immer sie machen kann zum einen solarzellen was ich ganz cool finde mit den tageslicht sensoren kann man sich ein paar stück denn einfach drauf platzieren damit wir auch umweltbewusst sage ich mal hier unseren strom erzeugen finde ich ganz fetzig und warum nicht ist doch eine schöne sache ja und ansonsten kann man sich natürlich noch einige lüftungsanlagen oder sonstiges drauf bauen da ist ja die kreativität ja wieder keine grenzen gesetzt wie man dann einfach sich hier irgendwelche maschinen drauf bastelt kann man sich ja ausdenken wie man möchte einfach dann noch so ein rohr irgendwie verlegen ist ja meistens irgendwie auf den dächer dass die irgendwo von a nach b gehen ansonsten gibt es hier noch andere lüftungsanlagen die man sich drauf basteln kann oder vielleicht auch noch irgendwie so ein gerät wie man möchte naja wie gesagt die fantasie lässt da uns keine grenzen und daher können wir uns einfach mal austoben wie wir möchten na dann kann man sich hier so ein bisschen deko halt noch auf dem dach einfach mal platzieren wie das angeordnet ist kann jeder für sich entscheiden das kann man sich halt anpassen ja und ansonsten sind wir erstmal hier mit dem hauptkomplex fertig jetzt geht es noch ran an die seitenteile dass wir uns hier auch noch sowas ein bisschen basteln können und für die seitenteile holen uns noch mal die steinzige blöcke raus glatter quarts block davon bitte noch mal die stufen den glatten sandstein davon auch noch mal bitte den block wie die treppen brauchen wir also es muss wirklich alles glatt sein darum soll unsere steinzige stufen und steinzige treppen und natürlich das gleiche glas was wir jetzt schon mal verwendet haben das schöne hierbei ist zwei seiten sind komplett identisch nur auf der linken die rechten seite bauen wir uns das einmal auf der rückseite ist es ein bisschen anders aber so an den seiten komplett gleich also von daher ist das relativ simpel so eins machen wir erstmal schön gemeinsam zusammen und das andere auf der anderen seite machen wir im schnelldurchlauf so das heißt wir gehen erst mit den steinzige blöcken fangen an der seite einfach an welche seite du dünnst ist ja völlig egal aber jedenfalls eine der seite ab der zweiten betonstriebe die wir haben sitzen einfach mal zweimal steinzige blöcke einfach davor das machen wir synchron auch gleich auf der anderen seite mit ab der zweiten hier zwei blöcke von heran und dann setzen wir gleich quarts blöcke rauf und zwar insgesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 weitere blöcke einfach mal hier aufgesetzt waren wir an der seite genauso einfach nochmal acht blöcke rauf so weit das noch beiden seiten haben lassen jetzt nach vorne weg einfach mal 1 2 3 4 5 6 blöcke platz setzen uns wieder einfach mal so eine zweier stein also zweimal hier unsere steinzige blöcke hin anderer seite auch sechs blöcke platz lassen zwei vorne ran so zur seite weg lassen wir jetzt einmal fünf blöcke platz denn einmal vier dann wieder unser zweier und wieder fünf blöcke platz so weit wir diese vier zweier vorne haben setzen wir da noch mal drauf insgesamt 1 2 3 4 mal unsere quarts blöcke das ziehen wir hier erstmal überall einmal lang sobald wir unsere quarts blöcke drauf haben können wir darauf jetzt einfach mal unsere glatten quarts stufen noch einmal platzieren und sobald was geschafft haben kommen wir jetzt schon mal zum dach das heißt wir nehmen unsere sandstein stufen und blöcke erst mal zur hand wir gehen ganz oben erst mit zwei weit also zwei stufen schichten dann kommt eine block schicht dann machen wir da wieder so einfach mal eine stufenreihe hin wir machen uns das immer so dass sie sag ich mal wie so ein block so angeordnet sind das heißt hier können wir wieder zack block hin machen wir wieder so zwei stufen zum block block hin wieder zwei stufen zum block blocken so das machen wir so lange bis wir sag ich mal jetzt hier ankommen hier setzen wir dann einfach nur noch zwei stufen vorne ran und danach setzen wir hier nur noch so eine treppenreihe von daran und das ist das maß von unserem dach oder gibt es eine schöne leichte methode wie man sie natürlich zur anderen seite zieht da müssen wir uns gar nicht mal so doll jetzt ab und strengen und wir machen doch so dass es halt auch immer einmal übersteht gleich so ich würde euch einfach raten die fangt erst mal mit dem block an dass euch den block hier einfach komplett erstmal rüber zieht zu der anderen seite und wir haben ja mehr als nur eine bahn davon also von daher erst mal die blöcke lang ziehen und wieder keine angst haben wir werden uns das alles im nachhinein hier unten auch noch verkleiden also diesen sandstein wirst du am ende im gebäude gar nicht mehr sehen das ist ja nur von außen so und zu guter letzt müssen wir natürlich nur noch die stufen machen und bei den stufen müsste eigentlich nur hier bei der äußersten ecke immer so zwei platzieren sodass darunter dann auch hier sind auch hinten müssten wir das einmal machen also müssen wir das so machen genau habe ich gerade eben gewundert aber so sieht das besser aus die können wir einfach hier oben einfach nur drauf platzieren da müsst ihr nicht noch mal irgendwie einmal eine hier unterbauen weil das wird ja eh verkleidet das heißt das sieht man ja gar nicht mehr so und hier hinten ist genau das gleiche spiel soweit wir das natürlich mit den stufen geschafft haben sieht das erstmal so aus jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr machen und zwar nehmen wir einmal unser türkises glas erst mal und können jetzt hier innen drin ich gucke mal von hinteren lieber einfach mal unsere glasböcke hier einmal platzieren so die ziehen wir auch zur anderen seite hier können wir auch ruhig den balken offen lassen weil hier kannst du spieler tapete die reinziehen genauso ist das sag ich mir jetzt hier sehen wir natürlich diesen braunen beton oder was wir hier haben den können wir uns auch noch im nachhinein austauschen durch andere farben damit wir das innen auch alles anpassen können so aber ansonsten würde ich sagen glasböcke nehmen und uns hier erst einmal platzieren und da ist das richtig schön ist und zwar da wir sag ich mal jetzt hier nur außen das einmal gemacht haben und innen drin nicht jetzt hier das einmal wieder runter geht da fällt uns auch gleich auf dass wir noch rausfliegen müssten und hier einfach noch mal um eins erweitern damit dass sie perfekt an glas hat auch angepasst ist wenn wir den spieler natürlich noch die decke reinziehen dann ist das glas perfekt eingebaut in der wand dann sieht das hat genauso aus wie außen und später dass das hier so perfekt eingebaut ist finde ich ganz schick und von daher würde ich sagen blöcke also glasböcke nehmen und erst mal das zuziehen so woanders seite müssen wir natürlich auch noch einmal hier innen hier einmal die stufen aussetzen so wunderbar ja so weit was haben ist es schon so gut wie fertig ich möchte gerne noch so ein paar weitere verstärkungen ins dach einbauen da wir nehmen unsere steinziegel stufen und treppen und zwar wir haben hier in der seite immer so fünf blöcke platzt genau in der mitte setze ich mir dann einfach mal hier oder tauschen einfach mal aus so bis wir die dann einmal oben haben das machen wir natürlich noch mal auf der anderen seite hier auch noch mal in der mitte komplett tauschen das einmal aus so wunderbar und dann wollen wir es noch mal in der mitte machen und da würde ich jetzt sagen weil wir nicht wirklich eine mitte haben mache ich mir einfach hier so eine zweier strebe einfach mal hin das können wir ruhig machen und tauschen das ja auch noch mal aus so weit wenn auch hier diese strebe in der mitte lang gezogen haben fehlt nur eine sache und zwar nehmen wir noch mal bitte unsere quarts blöcke und zwar müssen wir noch mal zwei weitere pfeiler uns ja einmal ins dach setzen und zwar richten uns einfach mal von den zwei mitteln aus die wir haben dann setzen wir uns die auf der gleichen ebene wie wir die idee ja da drüben haben zack und setzen hier noch mal so eine strebe hin und hier auf der anderen seite genau das gleiche spiel so wunderbar sobald wir das jetzt hier auf der einen seite haben wollen wir noch mal das gleiche komplett auf der anderen seite machen diesmal machen wir es aber ein bisschen im schnelldurchlauf also wie war das wie das jetzt an der seite die erste strebe frei bei der zweiten setzen wir dann erst mal unsere steinzige blöcke hin nach vorne lassen wir dann sechs blöcke platz und setzt noch mal zwei unsere steinzige blöcke hin und dazwischen lassen wir dann fünf blöcke platz und setzen noch mal zwei hin so weit wir das denn haben können wir auf den hinteren zwei insgesamt acht mal unsere quarts blöcke uns platzieren und auf die vorderen vier machen wir vier stück unser quarts blöcke rauf als nächstes setzen wir noch mal unsere quarts stufen auf den vier vorderen noch einmal rauf sobald wir das haben kommen wir jetzt schon unser dach uns einmal aufzusetzen mit den glatten sandstein stufen und blöcken fangen wir natürlich an der seite an dass wir erstmal hier so einfach anfangen und wir machen uns das immer im wechsel sag ich mal so dass wir hier halt immer so ein block davon kriegen immer stufe und block getrennt das machen wir einfach nur bis den vorderen streben denn ganz vorne bei den streben hier sitzen aber nur zwei normale stufen hin und ganz vornherein einfach nur unsere treppen sobald wir es dann geschafft haben mit unseren sandstein sachen kommen noch mal zu unseren steinzige stufen und treppen und wollen noch mal drei verstärkungen bauen nachdem wir natürlich auch noch die verstärkung im dach platziert haben machen wir noch eine sache und zwar unsere glas blöcke noch mal in den innenbereich einfach noch zu platzieren und zugesetzt nehmen wir noch mal unsere quarts blöcke und platzieren bei den zwei mittleren streben noch mal genau dahinter auch noch mal zwei weitere streben auf der erhöhung der anderen ja und damit sind wir dann auch hier mit der anderen seite komplett fertig mal im schnelldurchlauf geht auch und dann fehlt nur eine sache und zwar ja den hinteren anbau und der ist jetzt sage ich mal nicht so wirklich angeschlossen ins gebäude dass man da rein also dass man von innen da rein gehen kann sondern dass es von draußen begehbar ist sage ich mal als unterstellplatz für fahrräder oder dass man da sitzgelegenheit hinbauen kann um vielleicht seine mittagspause da abzusetzen wie man möchte ja so da würde ich einfach mal sagen machen wir eigentlich fast genau das gleiche also eigentlich fast das gleiche prinzip so wir nehmen einfach mal unsere steinzige blöcke gucken einfach mal hier vom hinterausgang lassen einfach mal zwei streben platz ab der dritten strebe können wieder unseren zwei hinsetzen und dann lassen wir an sich immer eine strebe dazwischen platz mal jetzt hier bei der hier oder müssen wir doch vielleicht gucken wie viel dazwischen platz ist jetzt lassen wir auch mal sechs blöcke platz dazwischen dann lassen wir sieben blöcke platz kommt wieder unsere zwei hin und wieder sechs blöcke platz lassen und wieder diesen zwei also sechs blöcke platz lassen sieben blöcke platz lassen und nummer sechs so nach vorne gehen wir auch wieder da lassen wir dann auch wieder einfach mal sechs blöcke platz unsere zweier strebe hin jetzt könnt ihr einfach von hinten acht wo ihr da schon diese strebe habt dann könnt ihr hier einfach auch eure zwei steinzige blöcke uns einmal platzieren und die haben eigentlich auch genau die gleiche höhe wie an den seiten mit unseren quarts blöcken das heißt bei den hinteren machen wir insgesamt acht blöcke hin vier fünf sechs sieben acht dass uns hier schon mal die quarts blöcke einmal platzieren können so soweit wir das haben müssen wir natürlich nur noch die vorderen platzieren hier setzen wir an sich halt einfach nur vier weitere quarts blöcke rauf und noch mal eine stufenreihe soweit wir das natürlich jetzt hier auch wieder mit unseren streben haben ist eigentlich genau der gleiche schritt die schon an den seiten dass wir jetzt wieder einfach mal unsere stufen nehmen und die hier auch wieder uns einfach so formen dass wir hier wie so eine treppe sage ich mal das runter haben block stufen stufen block einfach hier so im wechsel dann geht es hier wieder einmal runter hier vorne bei den streben machen wir wieder nur ein zweier hin und dann kommen wieder einfach unsere treppen vorne ran als nächstes wollen wir natürlich auch wieder diese verstärkung machen mit unseren steinziegelstufen jetzt machen wir aber ein anderes maß als wirklich an den seiten und zwar jetzt hier bei den ersten machen wir an sich das schon auf eine zweier breite weil wir ja hier sage ich mal das ein bisschen länger haben und in der mitte machen wir das insgesamt auf eine dreier breite ja so und hier auch noch mal denn auf eine zweier dicke super ja das ziehen wir natürlich noch einmal bis nach hinten einmal oben hin und sobald wir es geschafft haben wollen natürlich auch wieder mal unsere glas blöcke platzieren aber weil das jetzt ein außenbereich ist würde ich ja nicht komplett jetzt hier über einer seite mir das einmal machen sondern nur komplett hier wirklich komplett hier an der seite einfach mal dass ich mir hier einfach mal meine glas blöcke einmal platziere so mache ich mir an der seite auch noch mal einfach genau auf der strebenhöhe dass wir uns die hier noch mal so lang ziehen denn wir wollen uns jetzt außen das schon mal so ein bisschen verkleiden das dach dafür habe ich mir schon so eine türen und so alles auch schon mal raus geholt weil wir hinten ja auch schon mal die tür machen wollen das können wir erst mal zuerst machen einfach ganz normale nehmen wir einfach mal schwarzeichen treppen oben unsere eisentüren einfach mal hier so platzieren innen drin kannst du natürlich druckplatten machen und draußen ein paar knöpfe so das ist schon mal die einfache tür nicht man sich einfach so basteln kann so ja wir wollen uns natürlich jetzt hier noch mal sage ich mal das dach so ein bisschen verkleiden wir fangen am besten innen einmal an oder wo erst mal unter dem fenster ich nehme dafür einfach mal polierte anisit stufen die ich mir einfach mal hier unter unseren blöcken ans einmal hier so platziere damit das schon mal so ein bisschen stabiler ist und hier unterm dach würde ich einfach sagen dass wir uns hier zwischen den trägern wenn man einfach hier aus so einfach unsere stufen hier einmal schon mal so platzieren und die können wir jetzt hier innen drin so einfach mal da oben verkleiden das heißt unter unseren blöcken können wir hier immer sag ich mal unsere stufen machen und sobald ihr seht dass hier so ein übergang ist sie da einfach eure treppen hin immer beim übergang kommen die treppen hin und alles was sehr gerade ist da sitzt er einfach eure stufen hin und so könnt ihr euch eigentlich hier das da verkleiden und hier würde ich euch erst mal raten setzt erst mit die treppen euch überall lang so kommt ihr nicht so ganz durcheinander und dann geht es auch wieder einfach schneller und danach müsst ihr eigentlich nur noch nachdem ihr denn eure treppen platziert hat überall halt einfach noch die stufen uns einmal setzen und man könnte noch wenn man möchte sich ein paar eisen falltüren nehmen und ganz vorne bei der einreihe bevor wir zu treppen kommen einfach noch davon die falltüren uns einmal hier so platzieren schön das kann man ruhig machen das geht ja und dann haben wir hinten auch die ecke fertig wie gesagt hier kann man entweder seine fahrräder abstellen oder denn irgendwie weiß ich so einen kleinen pausenbereich machen für die mitarbeiter vom rathaus von der stadt dass die auch hier draußen mal einfach mal ihr lunch schon abonnieren können so dann haben wir das rathaus zuerst mal fertig wie gesagt da könnt ihr euch auch noch gerne so ein bisschen dekorieren mit einigen sachen wenn man möchte und ansonsten kommen wir zur nächsten folge schon sage ich mal um sich räumlichkeiten zu machen da könnt ihr immer noch gerne vorschläge geben wie man sich sagt ich mal die so ein bisschen gestalten kann weil ich bin immer noch unentschlossen das heißt diese markierung die ich jetzt habe können sich immer noch komplett ändern und das obergeschoss jetzt nicht unbedingt das habe ich mir schon so ein bisschen gedacht aber unten das kann sich vielleicht noch ändern mir ist noch aufgefallen ich habe noch ein paar vorderchemie gemacht über unseren eingangsbereich einfach mit glatten sandstein stufen und diese polierten an die stufen die wir hatten einfach vielleicht noch ein kleines vorder bei einmal bei der vorderseite bei der tür und bei der rückseite bei der hauptür die wir uns machen die natürlich so aufgeht schiebetür kommt noch mal natürlich ein separates video ist verlinkt also ich sage mal verlinkt euch so weit ich das hochgeladen habe wo natürlich man jeder art von schiebetür sich damit ganz einfach basteln kann das ist gar nicht mal so kompliziert wenn man es einmal gesehen hat und ja dann sind wir hier fertig bedanken für immer fürs zusehen wir sehen uns zur nächsten folge wieder und dann würde ich sagen and ja und ja Bis zum nächsten Mal.